Shoki Banoki on the road. Hier, wir sind auf dem Weg raus. Ist es eigentlich schon on the road oder ist es Backstage? Es ist einfach Stocke Dunkel. Pass auf, ich habe eine Idee. Ich habe nämlich was dabei. Hey! Halte! Das wäre Licht. Genau. Es ist eigentlich Backstage, es ist zwar on the road, aber trotzdem Backstage. Wir fahren jetzt nach Hause, wenn die Polizei aufhört. Wir sind da so hell! Die Lampe. Es leuchtet aus deinem Schritt. Oh, guck mal! Hörst du mal aufhören, bitte? Ja, ich höre ja schon auf, Christian. Ich fahr gleich hier rechts ran und läufst dann. Tump dir, wer die geht. Genau. Und hier, guck mal hier. Ich kann ja auch die Kamera drehen. Guck mal. Da vorne ist vorne. Da vorne ist vorne. Da vorne ist vorne. Und hier hinten ist hinten. Hammer, oder? Und hier hell, dunkel. Das ist Backstage. Der Tobi von den Morning Pines ist bei uns im Auto. Nicht der Nektarius. Da ist er. Und wir fahren jetzt einfach mal gediegen nach Hause. Wir haben in der Sendung eben richtig viel dummes Zeug erzählt. Kann gar nicht sein. Vor allem der Typ da hinten. Da wurde ich doch eingeladen. Überhaupt nicht. Ich hab nicht gesagt, komm, um Scheiße zu erzählen. Ich wollte eigentlich von dir hören, was im Bandwesen hier in der Gegend so aktuell ist. Hat nicht so geklappt. Frau Ruth ist aktuell. Frau Ruth, ja. Frau Ruth. Du mit deiner Frau Ruth. Ich fahr uns gleich in den Graben. Ich sag's euch. Einfach nur aus Spaß. Einfach nur aus... Aus dem Club der 27er bin ich schon lange raus. Einfach nur aus Zorn. Bitte konzentrieren. Ich konzentriere mich jetzt. Was? Während ich trinke, könnt ihr weiterreden. Nee, ich konzentriere mich jetzt. Kann ich reden. War da nicht eigentlich noch mal so was Essbares im Raum? Nee, der Tobi wollte ja unbedingt zum MC fahren. Nein, BK. Ah, zum BK fahren. Was ist das? Und wollte ganz viele Burger fressen und wollte mit mir ein Wettessen machen. Taki-Kreiz-Chicken. Wollte mit mir ein Wettessen machen. Allerdings, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Habe ich jetzt gekniffen. Aber ist ja auch egal. Ich bin einfach zu sehr im Training. Ja, aber das Essen ist jetzt eine wesentliche Frage. Weil ich bin einmal Musiker, mein Küchern ist leer. Ich hab nur... Wir können jetzt noch eine Pizza holen irgendwo unterwegs. Ja, das ist auch gut. So. Das war Backstage. Lassen wir an ihn glauben. Das war Backstage. Wir holen jetzt noch eine Pizza. Wir holen jetzt noch eine Pizza. Hey! Hey! Pizza! Ja, hier. Guck mal, da ist der Tobi. Leicht gebläht. Ich nehme an, ja. Ich sag, cheerio me Sophie. Das war wieder Shoki Banoki Backstage. Uh, muss auf. Uh, wow, wow. Ja. Hinter uns ist einer. Bis zum nächsten Mal. Kann immer bedarf sein. Oh, Christian hat Angst. Tschüssi! Tschüssing! 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 Tschüssing!